Servus, ich bin euer Peppe Onkel, willkommen zurück hier in meiner Bausteinstube. Heute möchte ich euch ganz besonderes zeigen und auch vor allem die anderen drei Videos noch dazu, denn der liebe Tobi, ihr wisst ja, Team Rauscherbart von Lego Masters 2021 und ich haben was für die Firma Famigros, für einen Schweizer Großkonzern machen dürfen und das wollen wir euch natürlich hier auf diesem Kanal nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Nachbauen, beim Fragen stellen. Also, bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020